Hallo und willkommen zum Bossguide von Klingenschuppe. Der Kampf besteht aus zwei Phasen und hat keinen Hardmode. Es werden zwei Tanks benötigt. Ihr startet das Ganze, sobald ihr mit dem Kommandanten der Expedition gesprochen habt. In der ersten Phase fliegt Klingenschuppe in die Luft und beschießt den Raid mit verschlingenden Flammen. Diese machen Schaden und hinterlassen blaue Flammen, aus denen ihr euch sofort rausbewegen müsst. Außerdem bekommen zufällige Spieler regelmäßig einen Feuerball ab. Die Ingenieure der Expedition reparieren dabei im Hintergrund nach und nach alle vier Harpunen. Bis die vierte Harpune repariert wurde, dauert es ca. 1 Minute und 50 Sekunden. Währenddessen erscheinen nach und nach zwergische Maulwurfmaschinen. Aus diesen spawnen drei verschiedene Ads. Habt demnach eure beiden Tanks links und rechts an der Spitze stehen. Hierbei gibt es eine eindeutige Killreihenfolge. Dunkle Runenschildwachen müssen in jedem Fall priorisiert werden. Diese machen nach ca. 10 Sekunden einen Wirbelwind, welcher extremen Schaden an euren Nahkämpfern anrichtet. Ihr erkennt sie, da sie deutlich größer als die anderen Ads sind. Als zweites fokussierte die dunklen Runenbetrachter. Das sind Caster, welche euch mit Blitz- und Kettenblitzschlägen attackieren. Ihr könnt ja zum Beispiel nach Bedarf einen Naturwiderstandstotem stellen. Sie sind die kleinsten der drei Ads. Als letzte Prio geht es den dunklen Runenwächtern an den Kragen. Diese können einen Sturmschlag, sind aber deutlich ungefährlicher als die anderen beiden. Wenn alle vier Harpunen abgeschossen wurden, kommt der Boss auf den Boden. Timet die vierte Harpune am besten so, dass noch ein Ad mit wenig Leben vorhanden ist, sodass keine neuen Maulwurfmaschinen mehr erscheinen. Nun habt ihr ca. 30 bis 40 Sekunden Zeit, diesen auf 50% Leben zu bekommen. Anderenfalls wiederholt sich Phase 1 und Klingenschuppe hebt wieder ab. Sobald der Boss am Boden ist, wird er gestunnt und es wird kein Tank benötigt. Zündet deshalb am besten Kampfrausch und haut alles raus, was möglich ist. Auch Heiler können Schaden machen, denn wie gesagt spawnen in dieser Zeit keine Ads mehr. Nach ca. 30 Sekunden macht er einen Flammenatem nach vorne. Steht deshalb auf keinen Fall vor dem Boss. Anschließend stößt er alle Nahkämpfer mit seinem Flügelschlag zurück. In der zweiten Phase, also ab 50%, bleibt der Boss auf dem Boden. Alle Spieler bis auf die Tanks bleiben nur unbedingt hinter ihm, da sie sonst Flammenarten abbekommen. Zusätzlich geht es weiter mit der verschlingenden Flamme, welche weiterhin Schaden verursacht und vor allem blaue Flammen am Boden hinterlässt. Zieht den Boss nun im Kreis, ähnlich wie auch schon bei Grobulus in Axramas. Der Main Tank bekommt nun den Debuff Rüstung fusionieren ab. Dieser verringert pro Stack die Rüstung, das Angriffstempo sowie das Bewegungstempo um 20%. Macht hier nach spätestens 3 Stacks einen Tankwechsel. Bei 5 Stacks wird man zusätzlich gestunnt. Gebt auch hier als Schadensausteiler alles, da sich dank Flammenpuffer der erhaltene Feuerschaden in regelmäßigen Abständen erhöht. Die wichtigsten Dinge nochmal zusammengefasst. Fokussiert in Phase 1 immer die Runenschildwachen, da diese sonst wirbeln. Er rennt sofort aus dem blauen Feuer am Boden raus, um Schaden zu vermeiden. Teilt einen Spieler am besten einen Hexer oder Jäger ein, welcher die Harpunen aktiviert. Aktiviert die 4. Harpune erst dann, wenn nur noch ein Add mit wenig Gesundheit lebt, sodass keine weiteren Maulwurfmaschinen erscheinen. Heiler machen Schaden, sobald der Boss in Phase 1 gestunnt am Boden ist. Steht als Nicht-Tank immer hinter dem Boss. Macht als Tank in der 2. Phase nach spätestens 3 Stacks von Rüstung fusionieren einen Tankwechsel. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne direkt einen Daumen sowie ein Abo da. Außerdem ein herzliches Dankeschön an alle YouTube-Mitglieder. Für nur 99 Cent könnt ihr uns hierbei supporten. Link gibt's in der Beschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.